Herzlich Willkommen zu einer neuen Daily Dax US Morning Ausgabe von John Gossens Daily Dax, heute am Dienstag, dem 28. Juni 2022. Der gestrige Wochenstart recht verhalten ausgefallen, der Dow Jones Index verloren 0,2%. Rückblickend sehen wir jedoch die grüne horizontale Kursunterstützung. Sie hat genau dazu geführt, worauf ich gesetzt hatte, nämlich eine sogenannte Kurserholung in Richtung des mittleren Bollinger Bandels. Genau dieses dürfte jetzt auch im kurzfristigen Zeitfenster, also sprich die Marke von 31.700 Punkten, als Kurswiderstand dienen. Und so schnell dürften die Bullen im Idealfall auch diesen Widerstand nicht aus dem Weg räumen. Widerstand ist das richtige Stichwort, denn sie lernen sich zurück. Ich war ehemals long positioniert beim Technologie Index Nasdaq mit Erfolg. Trading-Idee beendet, gestern zum Wochenauftakt auf die Short-Seite gewechselt. Alle Details entnehmen sie wie üblich transparent, den Begleittext und ich werde natürlich auch diese Trading-Idee wie üblich aktiv managen. Und deshalb auch für sie wichtig, Tag für Tag hier einschalten und keine Updates zu verpassen. Wie jedoch steht es um die Chart-Technik-Situation, darum soll es nämlich hier und heute in diesem Video-Update gehen. Fakt ist, Kurserholung läuft, aber ich gehe davon aus, dass wir spätestens wieder an dem ehemals durchbrochenen Aufwärtstrend hier als wirkliche Pullback-Variante scheitern. Sprich, man stößt sich vielleicht noch den Kopf, mehr dürfte hier im Maximalpotenzial derzeit nicht abzurufen sein. Im besten Fall kommt man erst gar nicht dahin und dann sehe ich eine Kurserholung um mehrere hundert Punkte auf den Technologie Index zukommen. Apropos zukommen, wie sieht es denn aus bei Netflix? Sie tut sich schwer, aber immerhin hält der wichtige Unterstützungspunkt, nämlich der langfristige Aufwärtstrend. Es ist nun letztendlich der dritte Monat in Folge, wo wir sehen, immer wieder stoppt man davor oder stoppt man darauf. Und Sie kennen meine Meinung, es ist natürlich nichts, was von heute auf morgen der Fall ist, aber ich setze darauf, dass Netflix sich hier mittellangfristig wieder deutlich erholen wird und Kurspotenziale von 50, 60 oder auch mehr Prozent halte ich tatsächlich für denkbar. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend dann natürlich wieder mit dem Blick auf den DAX.